heroic bosses are extremely difficult they will require many attempts and multiple deck revisions to defeat das wollen wir doch mal sehen der erste heroic boss in blackrock spire highlord omok und er zerstört ein random minion einfach für null mana das heißt wir brauchen irgendein deathrattle deck würde ich mir mal so sagen wir bauen uns mal eins gucken mal wer denn die meisten deathrattles der hunter hat da ein bisschen was eigentlich ist der hunter doch am meisten mit baron rivendare vielleicht zusammen schauen wir mal ob wir das hinkriegen aber man kriegt eigentlich nie genug minions raus man braucht viele kleine um ein bisschen reinzukommen probieren wir es einfach mal ein neuer hunter so zwei webspinner rein den immer auch mit so den leper gnome das werden noch gut die hauntive creepers und den mad scientist dann braucht man auch die secrets noch so die harvest golems und eventuell den rivendare wenn man ihn ausspielen kann das namubian egg beschwört einen 4 4er herauf der piloted trader wir gucken jetzt noch die mana kurve folgen und stalak wären eigentlich gut der sludge bäldchen so dann brauchen wir die secrets welche nehmen wir denn explosive trap wir haben zwei mehr scientists hängt darauf an was er für was er für karten spielt natürlich ich fände freezing trap gar nicht schlecht wenn man seine minions wieder auf die hand schickt probieren wir es doch mal damit nehme ich den igelhorn der könnte damit ganz gut funktionieren wenn ich zwei secrets habe so und was haben wir jetzt für eine mana kurve das ist ja kein face hunter es geht ja nur um die death rattles jetzt zerstört also ein random minion haben wir in alle guten death rattles reingenommen noch mal ganz kurz gucken nicht irgendwas übersehen habe noch eine karte ziehen vielleicht gar nicht so schlecht ja wohl irgendwann zu viele kleine bringe ich auch nicht weiter muss irgendwie auch mal schaden machen wahrscheinlich immer weniger minions als der gegner haben dadurch dass eine von und charge bräuchte eigentlich auch noch überhaupt was ausrichten zu können fällt euch vielleicht im twitter spontan noch was ein dr boom ihr könnt noch ein paar legendaries mit reinnehmen vielleicht kaltusat dr boom wollen wir ein bisschen reinschmeißen die sera könnte auch noch richtig gut sein wenn man denn soweit kommt wie viel haben wir denn 28 2 hätten wir noch waffen wären halt noch gut ich habe zwei und zwar igelhorn kann ich nach wappen suchen ja ich probiere es einfach mal so so bin mal gespannt das hat hauptsächlich jetzt death rattles den rest habe ich für wissen zusammengeklickt ein paar waffen die guten dr boom usera und vielleicht auch den na ok baron riven der wäre eine keycard die behalte ich mal auf der hand wenn er den wer nicht den selber zerstört irgendwann ist der trick dass man mehr karten ausspielt als er zerstören kann in einer runde war sonst mal ein problem ragnaros ist dead you should be celebrating your friends okay hast du karten ja genug auf der hand gleich obwohl es war quatsch überlegt einfach irgendwas auszuspielen bringt überhaupt nichts ouch was ist mit ihm denn los ich meine um geht das komplett so eine art freeze mage nur mit spells weil das wird jetzt in dieser wird jetzt schon heikel 4 9 10 damage 4 9 10 damage au ja Leider bin ich jetzt schon tot. Der Slutsch-Belt, ich habe ja vielleicht noch ganz gut gewesen. Probier's nochmal, aber ich habe noch ein paar andere Ideen gerade. Man braucht auch mehr kleine Minions eigentlich. Man braucht viele kleine, damit man die auch gleichzeitig ausspielen kann. Die Freezing Trap ist auch nicht schlecht. Puh. Der ist aber echt nicht ohne, meine Herren. Eigentlich kann man am Anfang gar nichts ausspielen. Man möchte hier mehr Scientists haben. Ah, da kommt der. Der ist wenigstens ganz gut. Na toll. Na gut, der tut jetzt auch nicht so doll weh. Obwohl es auch Schwachsinn ist. Für den irgendwie anders. Jetzt geht der zurück auf die Hand. Ja. Würde ich besser gewesen, hätte ich keinen gehabt zum Ausspielen. Noch ein Hardware Creeper ist auch gar nicht. Das ist eigentlich schlecht. Das konnte jetzt langsam was werden. Ja. Was war ich denn los? Sehr gut. Das läuft doch einigermaßen. Zwei. Zwei. Gut, den muss ich selber mal loswerden. Der macht zu viel Schaden. Das ist okay. Jetzt haben alle die Chance falsch anzugreifen. Das ist für mich nicht so toll. Da hilft auch der Slutsch-Bälcher jetzt überhaupt nichts. Na, ein bisschen dreht er die Chance schon in meine Richtung. Nein. Du musst ihn angreifen. Komm. Nein. Fucke. Diese blöden 6-1er. Ja, komm. Sehr gut. Ja, komm. Hey! Nein! Au! Au! Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Nein! Gerade ihn! Gerade ihn! Au! 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 Das ist trotzdem vorbei, das Spiel. Fuck! Na, außer er greift vielleicht mit... Gucken, er macht die Hero Power zuerst. Er killt eine Bombe. Die killt einen von denen. Nein! Oder er hätte mit dem U-Gang jemand anders angreifen müssen. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Sack! Also man kann, man muss entweder wahnsinnig schnell Minions ausspielen, schneller als er, und ihn rushen, aber das kriegt man eigentlich nicht schnell genug hin. Weil jede Mini-Runde stirbt ja ein Minion. Hmm... Wie sieht's denn... So eine Art Freeze-Mage. Ginge das denn? Okay. Freeze-Mage. So, wir brauchen die Eis-Lanze. Ich brauche... Ich brauche... Ice-Barrier. Eis-Block auch. Dann brauchen wir die ganzen Frost. Oder nehme ich den Eis-Block mit dazu? Oder doch? Der kann mir eine Runde geben. Die nehmen wir schon. Hey! So... Frost. Bowl zweimal. Frost Nova. Natürlich. Ähm... Brauchen... Arcane Intellect. Und dann den Flamestrike. Äh... Nicht Flamestrike. Ähm... Fireball. Okay. Wir müssen natürlich... den Mad Scientist. Ähm... Nicht Flamestrike. Damit wir die Sachen ausspielen können. Und den... Hm... Den Ecolite of Pain. Zum Kartenziehen. Obwohl... Der kriegt ja nur, wenn der Karten kriegt. Der wird zerstört direkt. Da bringt ja gar nicht so viel. Hm... Brauchen den... Den Doomsayer habe ich nicht, ne? Ah... Den müsste ich mir wahrscheinlich craften. Den Doomsayer. Aber eigentlich brauche ich den. Mal kurz... Doomsayer. Na... Der überlebt... Der überlebt ja seine Runde auch nicht. Das ist das Problem. Der Doomsayer überlebt ja die Runde gar nicht. Das würde gar nicht so viel bringen. Der Doomsayer an der Stelle. Alex Tracer... Wie immer... Wird empfohlen. Alex Tracer ist halt immer gut. Das hat aber... Das hat aber... Das gehen die ganzen Heroic-Bosse. Die müssten eigentlich immun sein. Man bringt den immer auf 15 HP runter. Auf jeden Fall brauche ich noch die Blizzards. Wer ist das? Nein... Aha... Hm... 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 Der Arc Mage wird mir gerade auch im Twitch-Shot empfohlen. Aber der hilft ja auch nicht viel, der Arc Mage. Weil der Arc Mage ja auch nicht. Der überlebt ja auch nicht. Der überlebt ja nichts. Gucken wir nochmal den Mage durch. Ich glaube, dass wir auf Face gehen können. Man wird halt viele Minions draußen haben und die muss man loswerden. Eigentlich braucht man den Doomsayer. Das funktioniert sonst gar nicht. Puh. Ich kann ihn eine Weile hinhalten, aber nicht lang genug. Das geht überhaupt nicht. Was würde noch aufs Face gehen? Waffen. Gingen halt noch. Also jetzt nicht bei Mage natürlich, aber allgemein meine ich. Man schreibt MCT. Man braucht eigentlich immer, aber es bringt nichts, wenn man einzelne Sachen ausspielt. Mein Control-Tag geht schon noch wenigstens, weil man... Man muss immer auf mindestens ja zwei Minions kommen, sonst verliert man pro Runde immer einen mehr als er. Das geht halt nicht. Mein Control-Tag wäre immerhin schon mal was. Im Prinzip braucht man ein paar mit Death Rattles schon. Dass man, wenn man Minions ausspielt... Und zwar billige. Das war dann möglichst noch... So, man muss billig die Sachen rauskloppen, ihn dann gefroren halten und wenn man mehr Minions hat als er, soll man lang aufs Face gehen. Das ist halt immer ein Halber, aber der könnte natürlich gut funktionieren. Dr. Boom und Folgen und Stalag wären eigentlich auch nicht schlecht. Weil die hier hat auch... Die Beschwunten hat einen Halben. Das ist vielleicht zu langsam. Hat so einen Mischmasch jetzt gerade. Der Dings überlebt halt nicht. Der Doomsayer, der eigentlich dann sonst da gebraucht. Wir probieren es mal und gucken mal, wie wir da uns mit schlagen und was wir vielleicht ändern müssen. Und nix ja, wäre nicht schlecht, wie gerade im Twitch-Chat richtig geschrieben wird, wegen den ganzen 1-1-ern. Das stimmt. Schamane wäre auch noch eine Möglichkeit. Okay. Ich muss jetzt mal loswerden. Ach, der spielt auch in Luthor, da ist ja witzig. Machen wir es nochmal so. Dann können wir nächste Runde wenigstens mal zwei ausspielen. Dann zerstört er nur einen. Dann kann er zumindest noch irgendwie angreifen. Autsch. So ein bitterer Typ. Karte gezogen. Mal schauen, wenn er mich jetzt angreift. Ice Barrier. Den schieße ich mir jetzt mal weg. Wird doch ein bisschen zu langen gegeben. Die Ice Barrier selber nochmal aus. Okay, Rugga Magi. Und später, das hebe ich mir alles noch auf und das Bett, äh, das dann alles voll ist. Kann ich sogar mal zwei Minions ausspielen, wovon einer überlebt. Sehr schön. Soll ruhig weiter schon aufs Face gehen. Ja, wo die Ice Lands. Na, wenn ich mit dem Frostbolt mal aufs Gesicht gehe. Nein. Er soll doch aufs Face gehen. Okay. Gilt ja auch für ihn. Wir haben hier noch eine Karte gezogen. Nein. Natürlich beschwört ja so einen. Das ist flamehart. War nicht so schlecht. Autsch. Au. Warum kann ich denn den Charge? Au. Ah. Es tut doch alles weh. Ja, ich muss den Blizzard ausspielen. Sonst bin ich nü-bäh. Danach sieht es aber schlecht aus gerade. Autsch. 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 Am Anfang saß ne kurze Zeit gar nicht so schlecht aus. Hm. Puh. Puh. Ich glaube da hast du ein bisschen überlegen angesagt. Das waren ein paar Versuche. Destroy a random enemy minion. Die Hero Power kann man auch nicht umlenken. Also zwei Versuche waren gerade einmal mit Deathrattle durch. Und einmal... Und einmal jetzt hier mit dem Freeze Mage. Mit dem Schamanen kann man sich wenigstens immer noch ein Totem hinstellen. Da hat man schon mal eine Sache, die immer ganz gut ist. Ähnlich wie mit dem Paladin. Paladin und Schamane können jedes Mal ein Totem hinstellen. Was ist denn besser? Zwei der Eins Einser. Ist im Prinzip egal fast, was man hinstellt. Vielleicht brauche ich doch Alex Tracer, sonst kommt man nicht durch. Mit Alex Tracer auf 15, da kommt man wenigstens mal ran. Ich glaube sonst hat man echt Probleme. Aber wenn ich halt ein gutes Deck habe, wo ich rankomme, dann mache ich das auch. So. Also. Schamane oder Priester. Äh, Schamane oder Paladin. Ancestor Spirit zum Beispiel. Hm. Hm. Was hat der denn für? Master for Battle ist natürlich auch nicht schlecht. Hm. Das sind die zwei Sachen. Master for Battle ist natürlich auch nicht schlecht. Dann zerstört er nicht die... Und mit Tyrion Fortrain, den ich auch nicht habe, wird immer noch eine gute Waffe auf die Hand kriegen. Hm. Probieren wir doch mal einen Schamanen. Müssen wir es durchprobieren. Magmage würde auch fast gehen eigentlich. Wie wäre es denn mit dem Magmage, wenn man den vielleicht noch ein bisschen tunet auf Speed? Na, aber der war auch schwierig. Müsste ja relativ viel in kurzer Zeit rausbringen. Der Grim Warrior, der Grim Patron Warrior wäre auch nicht so schlecht. Mit der Kombo, wenn man dann halt so lange überlebt. Aber wenn man einmal so lange überlebt, geht es eigentlich. Paladin hätte auch Möglichkeiten ja loszuwerden. Puh. Hm. Hm, hm, hm. Ich überlege gerade den. Paladin oder den Schamanen? Paladin hätte ja noch ganz gut die Quality Consecration, wie gerade jemand im Twitch-Chat schreibt. Das stimmt. Und. Wenn man schon das günstige Deathrattle-Dings spielt. Man braucht Alex Traster eigentlich, oder? Sonst kommt man ja nicht weit. Echoing Ooze würde auch noch welche beschwören. Schamanen hat natürlich keine Secrets, schade. Man braucht eigentlich die Deathrattles und Charges. Man muss ihn dann schnell killen. Das geile Schüttel, was ich da hab. Das geile Schüttel, was ich da hab. Aaron Riven, der könnte damit theoretisch... Ja, ist alles sehr theoretisch. ... Folgen und Stalag. Kann man schon mit reinnehmen. Wie das eigentlich, wenn ich jetzt Folgen habe? Und Stalag. Und wenn dann Stalag gerade liegt, mit Baron Riven there, dann stirbt Stalag. Das müsste eigentlich doch... Gucken wir den Taurissan. Der könnte immer alles billiger machen. Das könnte sich auch lohnen. Vielleicht bin ich mit dem Deathrattle-Gedanken auf dem falschen Weg. Aber irgendwie finde ich das gar nicht schlecht. So, und jetzt mal raus hier. Jetzt überlegen wir uns, wie wir die noch unter Kontrolle bringen. Das Board bisschen. Jetzt überlegen wir uns, wie wir die noch unter Kontrolle bringen. Dann nehmen wir mal Boom. Ich glaube mal soweit komme ich bis jetzt ja gar nicht. Boom und Kelthu satt. Das sind halt welche, die auch dann Leute wiederholen. Ansonsten... ...Feral Spirits... ... ginge noch. Und das letzte... ...Ein Lightning Storm, Mana-Tide-Totem. Das überlebt alles nicht. Eine Mana-Kurve. Das muss halt echt günstig sein. Man muss die halt rausballern. Ups, ey. Das wollte ich nicht. Die weg. Sollte man noch eine Waffe auf die Hand nehmen. Weil die kann natürlich nicht weg. Das muss ich nicht killen. Schon am Anfang. Dass man die Stormforged Eggs mal hat. Das wäre noch eine Möglichkeit. Überlegen, überlegen, überlegen. Gleich probiere ich es mal. Das Problem ist, ich konzentriere mich dann so sehr darauf. Und das ist ja auch alles ganz nett. Ich brauche ja im Prinzip Alex Tracer. Sonst habe ich da keine Chance. Ich kriege ja nie, selbst wenn es mal richtig gut läuft. Wenn ich die HP nicht runterkriege. Aber koste auch 9. So weit komme ich doch gar nicht. Ich probiere es erstmal so. Gucken, ob ich bis 9 mal komme. Das heißt, ich brauche noch 2. Wenn ich bis 9 komme, dann mache ich das nochmal mit Alex Tracer. Aber ich glaube, so weit komme ich gar nicht. Das ist das Problem. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie schauen. Was man nicht hinten anlandet. Hier nicht noch paar Ideen. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Oder halt was mit Charge. Kein Golem tut ganz schön weh. Ich nehme noch 2 Hexes mit rein. Defensiv. Ups. Da fehlt noch eine Karte. 2 Hexes habe ich drin. So. Nicht nur 1. Vielleicht hätte ich noch ein paar Schocks mit gebraucht. Man könnte Mario Domo nutzen. Exekutus. Und seinen eigenen Helden verwandeln. Das ginge auch. Man braucht im Prinzip eine Charge-Kombo. So einen One-Turn-Kill braucht man eigentlich. Aber wie schafft man das? Ich glaube, der Dings-Warrior könnte auch gar nicht so schlecht sein. Nein, ich bin nicht. 2 Hexen kam. Der Dings-Warrior ist tot. Du darfst mit deinen Freunden gewöhnen. Es ist ein Klaber- und Wormone. Dann kommen wir vielleicht langsam auf mehr Karten. Es ist ein Klaber- und Wormone. als er hat. So ein Lightning Storm wäre jetzt hier gar nicht schlecht. Na toll. Ganz tolle Garte. Drei. Können sich immer mehrere ausspielen. Oh. Ich bräuchte tatsächlich mal mehr. Ich bräuchte mehr verschiedene noch. Vier. Zwei. Vier. Noch wieder einer übrig bleiben. Nächste Runde Dr. Doom. Würde ich mir schon mal drei bringen. Okay. Wieder einer zu viel tut. Na, okay. Was sinnvolles. Ein Schaden. Für den Anfang bräuchte ich vielleicht doch noch was stärkeres. Das ist schon mal ganz gut, der Emperor Taurissan. Das gibt mir die Chance, das was auszuspielen. Autsch. Das Charge ist so bitter auf dem Duny-Morl. Schau mal an. Nein. 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 Hahaha. Wird meiner weggekloppt. Hahaha. Also. Noch ein paar spontane Ideen, was man da noch brauchen könnte. Der Lepernome ist nicht gut genug mit seinen Death Threater. Man braucht immer Sachen beschwören. Ich habe eh genug auf der Hand meistens. Bloodlust. Das ist glaube ich nicht verkehrt. Vielleicht ein bisschen, wenn man sich Zeit kauft. Mit ein paar Schocks noch. Der Lightning Storm 2 bis 3. Kann am Anfang schon sinnvoll sein. Dann wäre ich schon wieder voll. So ein Vitality- oder Mana-Tide-Totem könnte auch viel bringen, wenn das mal eine Weile steht. Wenn er das nicht sofort killt. Aber man merkt schon, wie bei jedem Flügel jetzt das doch tatsächlich eine ganze Ecke schwerer wird. Finde ich. Da liegen sie jetzt schon ganz schön zu. Hm. Dem raue ich nicht am Anfang. Zwei. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Wie schnell versuche ich, das jetzt zu machen. Wenn ich die ausspiele, zerstüre ich ihn. Dann hab ich ihn 1-1. Dann kann ich in der nächsten Runde den Harvest Golem ausspielen. Hab ich 3-3-3 . Probier es mal. Ich glaube, zu lange warten bringt auch nichts. Ach komm, natürlich spürt er sofort einen, die Sau. Ich hasse ihn. Okay, spürt er noch was aus zu füllen. Jetzt kann ich natürlich überlegen, ob ich den Anfang versuche zu überstehen. Der Ancestor of Spirits ist natürlich stärker, je weiter ich im Kampf schon bin. Naja, hilft ja auch nichts. Wenn ich den Anfang nicht überstehe, komme ich auch nicht weiter. Autsch! Autsch! Okay, immerhin haben wir jetzt mal mehr Minions draußen langsam. Da könnte auch ein Bloodlust nachher mal was bringen. Den Lightning Storm. Okay. Hin! Ach komm! Ach komm, ach komm, ach komm! Ich würde ganz gerne eigentlich was für 5 ausspielen. Äh, für 4 ausspielen und noch ein Totem. Das habe ich gerade nicht, schade. Nein! Das ist auch ein bisschen Glückssache, wenn er natürlich genau die zerstört. Ich habe gerade was... Ach komm! Nein, Rockbiter brauche ich nicht! So, weh, er geht jetzt sofort auf... Komm! Nicht auf ihn! Nein! So kriege ich doch keinen Schaden raus! Au, au! Äh, genau. Komm, Windfury! Das ist nicht so. Die Elemente guiden mich! Hm, 3, 9. Ja, immerhin mal. Time for Smash! Ich glaube, man braucht noch ein bisschen kleinere Karten. Eine probiere ich nochmal so mit dem. Ich würde das noch ein bisschen optimieren. So weit komme ich eigentlich gar nicht hier. So könnte man schon. Ich brauche ein bisschen kleinere Karten, die mir das Early Game... Ups, da lag Palette of Traderborn Riven, der... Natürlich schon super. Der Cain Golem ist nicht so super. Er wird natürlich auch unglaublich stark, je länger das Spiel geht. Aber... ... ... ... ... ... ... gar nicht schlecht. Auf einen eigenen Minion mit Deathrattle. Das könnte ziemlich gut funktionieren. Könnte. So, ich probiere es nochmal mit dem Schamanen. Und dann... Ich meine, die Rüstung weg hat. Alex Tracer könnte natürlich dann schon ein guter Finisher sein. Moment, dann noch Bloodlust, eine Runde danach halt. Okay, Haunted Creeper ist gut. For Doomhammer. Okay. Okay. Harvest Golem. Doch gar nicht so schlecht. Wenn wir ein paar Minions rauskriegen, man müsste mehrere... Autsch. Sollte ich lieber den Harvest Golem treffen? Das wäre schöner. Nein! Du musst die hier treffen, oder ihn hier. Depp. Der Rest ist complete. Go home. Out. Out. Kelthusat. 4, 8, 9 in der nächsten Runde. Okay, wenn ich jetzt angreife... Ich kann auch ein bisschen rauszüge, wenn ich den kille... Das ist doch mal besser, wenn ich den jetzt trifft. Zwei Bloodlust, das könnte was werden. Komm, triff einen davon, sauber. Und jetzt greift ihr noch aus Versehen den an mit dem Ogre? Nein. Drei. So, und jetzt greift... Jetzt killt ihr... Killt ihr erst Ei. Komm. Weil ich habe jetzt... Bis jetzt jede Runde... Schade. Nein. Vielleicht warte ich dann doch gerade zu lang. Fünf. Oh, ich kriege jede Runde mehr... Raus. Zwei. Nochmal zwei. 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 Ich habe es jetzt jede Runde geschafft, mehr rauszuspielen als er. joke. Ich weiß es, ob man an das alleine kriegt. Oh, man kann mich nicht immer wieder riefen. Kau hat noch einen weiteren Runde allein, aber ich weiß auch immer was dran. Leider ist der Mogot draußen. Nein. Nein, das hilft mir sogar noch ein bisschen mehr. Dieser Mogor nervt mich. Die Chance ist viel zu groß, dass ich etwas Falsches ausspiele. So, nächste Runde spiele ich Kel'Thuzad aus. So, diese Runde spiele ich. Oh, 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 oh. Ja, das reicht im Schlussgrad nicht. Komm, jetzt greif ich ihn an. So, das hebe ich mir immer noch als Finisher auf. Ich möchte erstmal die Minions wegkriegen. Ich habe zwei Kills Hussards, das ist super. Das ist so super. So, wenn ich jetzt richtig viele habe, so, nächsten Runden, so. Komm, das wird was. Komm, das wird was. Das wird was. Zwei Kills Umsatz. Ja. Komm, Baby. Das ist mir alles egal. Ich hau ihn weg. Das wird's. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich schaff's. Hahaha, fucker. Tschüss, Baby. Nice. So geht's doch. So geht's doch. Puh. So ein Fucker. Okay, ich brauche eine kurze Pause. Ich muss mir was zu trinken holen. Und dann weiß ich nicht, ob ich heute schon ganz schön spät. Aber ich gucke mir zumindest meinen Boss nochmal an. Aber, boah. Meine Herren. Also kurze Pause und dann bis gleich. Boah. Ich schaff's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.